Ja, ich mache momentan viele Videos, aber ich finde das gerade halt so interessant und möchte es dann auch gerne festhalten für andere. Wie sieht der heutige Tag aus kurz? Ich habe Orangen entsaftet heute Morgen, 1,5 Kilo oder sowas, nee 2 Kilo müssten das gewesen sein. Und jetzt als zweite Mahlzeit habe ich einen Grundes Musi, da hatte ich jetzt auch mal richtig Bock drauf. Und als ich den zum ersten Mal angesetzt hatte, habe ich mir so gedacht, scheiße ist das geil, richtig göttlich. Also, da kriege ich jetzt wieder die Mineratschiffe rein, die ich in den letzten Tagen rausgesogen habe. Und ich denke mal, dass ich dann auch weiterhin danach, nach dieser Phase, gemütlich integrieren werde, je nachdem wann ich mich danach fühle oder sowas. Ich würde zwar gerne halt nur Früchte essen, aber halte ich für momentan noch nicht für mich selber realisierbar. Einerseits wegen der Umgebung, aber auch aus anderen Gründen. Aber ist ja nicht schlimm. Schauen wir mal, wie es sich weiter möglich ist. Ich denke mal, dass ich heute noch gedünstetes Gemüse essen werde. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber sonst habe ich auf nichts anderes Bock momentan. Also keine Kartoffeln, kein Getreide oder irgendwas. Ja. Bis zum nächsten Tag. Ciao.